es ist auch nichts markiert also es ist da oben auf der map da müssen wir hin ich weiß gar nicht was da ist da ist ja da ist es nur weiter alles mitten im meer ich gehe schnell eine rauchen du machst dir ein geschenk nach dem anderen auf und das ist es gar nicht bis gleich also ich würde sagen da sehe ich eine insel eine kleine so groß war die auch nicht rechts neben meinem marken irgendwo da war die aber die ist ja da jetzt sehe ich so die kannst du auf der karte schießt sie gar nicht ja was für ein scheiß das musste erst mal da muss erst mal die aufgabe haben damit ich also so ich habe auch nie drauf geachtet los raus hier aus dem elen krasser babo hat sich selbst zu boden geschickt krasser babo das sind bots denn das weiß ich nicht aber die name habe ich schon ein paar mal gelesen auch doppelt wasser bist du okay sonst habe ich noch vorhin gesehen nee das müssen wir ausnutzen keine waffen hier oder was nicht eine er willst du mich verarschen das verhack ich seinen baum ja gibt hier wirklich keine waffe ich habe schrotflinken so wo sind die scheiß geschenke hier unten was zählt aber auch irgendwie nicht ich verstehe das langweil der muss für irgendeine saatschen sind ja die wirft oder was und das war schön ich verstehe das langsam nicht mehr hier bleibe ach sucht ja jetzt vor allem die zone kommt gleich was sollten die scheiße hier war es ja schon drin ist aussieht ich verstehe jetzt gar nichts mehr ich habe so ein scheiß geschenk aufgemacht das zählt einfach nicht wer ist sachen babo ach so ich dachte wer ist das sachen winter sachen babo babo war so ein bot hier durchsuchen warte bringt nicht aufs fenster das hat geleuchtet aber das hat geleuchtet zumindest ja geleuchtet haben die da draußen auch leck mich doch am arsch also mal hier ist auch noch eins ich verstehe das nicht ich verstehe das nicht ja ich verstehe ja nichts mehr aber wenn das jetzt wieder nicht zählt aber auch die zone alter wir müssen raus hier ist ein sei bei mir hier ach so machst du das nicht gell ja aber nur kurz ja da geht endlich rüber das ist so ein scheiß das ist gerade so boah halt so geschafft ok ich weiß nicht das weder ein bisschen glätter ich verstehe jetzt die welt nicht mehr junge hier unten gibt es ja auch automaten wir müssen eh noch geld ausgeben mhm an jurese besuchen na gut dass ich mir keine medizin geholt habe mhm jetzt kann ich mich wieder heilen was hat der für uns hier bämpel wir müssen weiterbleiben die zone kommt noch die der war erwart gewesen okay wo ist das auto wo ist das auto da wo ich hingestellt kommt dann lass uns laufen oder fahr mit dem auto bei mir lohnt sich nicht mehr zurückzulaufen ok wir haben fahrsitz frei macht geil ich werde gejagt außerdem wieder mal ich verstehe es nicht warum immer nur was haben die denn nur mit mir ich habe keine ahnung du hast doch keiner menschenseele etwas getan und der baum ist stabil da ist noch einer ja ich bin aber ja du musst den anderen noch machen da kommt hinterm auto ja machen fertig den hund scheiße in der fresse geschossen lassen wir jetzt hier gucken ob wir die aufgabe jetzt geschafft haben zurück zur lobby ich ran wir haben tausend geschenke aufgemacht so so geschenke zum hinwerfen geschenke dort geschenke hier immer noch immer noch hey was ist denn das auftrag verfolgen das ist aber daneben irgendwie das nicht auf der insel oder mal gucken raus ja ja irgendwie daneben oder es ist eine andere insel ist ja an dem turm in dem kleinen vielleicht ist aber das ist aber dahinter im wasser eigentlich ich glaube ich stimme ich verstehe die welt ja nicht aber ich glaube das nehmen schloss oder da waren wir noch nicht wenn die ganze insel aber hinten abgesucht das ist voll im wasser drin das ding eigentlich ja da kann das meint dann kommt wenn da nicht im schloss ist müssen wir dahin gehen wenn ich das dort im wasser treiben muss aber er kriegst du auch nichts geöffnet also ja drum macht mal hier rein du arschloch nein ich bin abgeprallt hier ist ja auch der hund verreckt da gibt es ja gar nichts hier ist aber auch nicht wie es aussieht ja wir waren noch nicht oben hier oben ist auch kein saatschen winter da müssen wir echt ins wasser und dann mal hingucken da liegt bloß eine sniper verstehe der welt nicht mehr hier warte mal was sind das hier an der greifhagen abgeworfene dinge hier soll nicht abgeworfen ist da müssen wir uns wasser irgendwie ja ja und haben auch die arschkarte ja wo ist denn jetzt das scheiß der marker und da ist da hinten ich schwimme mal dahin aber vielleicht vielleicht hat er die im wasser abgeworfen der idiot dieser vollst posten im vollstof hat er irgendwas in die pamba geschmissen aber ich sehe hier nichts aber also ich bin hier da jetzt ich bin hier wo es ist die wollen uns doch verarschen alter was ist denn das für eine scheiße hier ist es ach so ja wohl hier ist nicht ganz schön ich habe versucht geht nicht ich bin hier hinten an den containern oder so ich war schon überall gibt es doch nicht wenn ich irgendwo muss ja das sind ja auch geschenke aber hier habe ich alles schon aufgemacht das ist selten dumm ja ja ich verstehe das nicht bleibe die wollen uns doch verarschen hier das ist doch blödsinn alter guck mal der marker wo da ist ey ja voll wir öffnen hier ein geschenk nach dem anderen ach so du hast geschossen brauchst du noch schild hier ich bin mit meiner weisheit am ende aber ich weiß auch nicht was wir machen sollen wer ist durch den winter ich weiß es nicht Das muss ja auch ein paar Gegenwärter geben, ne? Irgendwie? Habt ihr noch nie gehabt? Ne. Wer ist denn hier Saarchen Winter? Muss ich den rufen oder was? Ich hab keine Ahnung, aber... So, wir müssen wieder die Insel verlassen. Das ist doch chronischer Blödsinn hier. Ja. Wir können auch keine Birnen. Wo war hier das Ding, was du vorhin hattest? Das Seil? Ja. Ah, ja. Ey, ich muss da mal, wenn wir hier durch sind, muss ich mal bei Google gucken. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch Blödsinn. Ist es auch. Ach, hier ist noch eins. Ich hab jetzt hier drei Geschenke oder vier geöffnet. Hier ist ein Auto sogar. Und hier unten. Wie eine Brücke. Und du bist aufs andere. Ah. Hier wär's besser gewesen. Ach so, dann warte, ich komm zurück. Weil hier ein Auto ist wie eine Brücke. Hm? Ey, der Boss ist noch nicht gemacht. Nö, wenig, ja? Ja komm, dann machen wir den. Ja, komm hier runter. Junge, leck mich am Arsch. Was soll denn das sein? Oh, hier sind alles massiv. So, aber hier wissen wir gleich, hier unten ist es. Ja, hinten, wo die Treppen sind. Ja. Macht der. Wer schießt? Ich hier, der Boss. Ach so. Nein, mein MG. Die Tolle ist easy, Alter. Ja, geil. Oh, wir brauchen für die Strohflinne. Ach so, wir müssen ja runter. Komm mit. Oh, dein Maul da oben. Aber das ist gut, wenn der andere kommt. Ja. Da hören wir uns das gleich. Oh, wir müssen uns beeilen. Die Zone geht schon weiter hier. Aber hier können wir uns auch eine Sniper zulegen. Ja. Ich hab ja eine. So, ich baue schnell zusammen. Ach, das sind bloß die Bekloppten. Ich baue bei meiner Sniper bloß ins Fadenkreuz-Dings. Das hier. Mhm. Und vielleicht noch ein großes Magazin dazu. Und einen anderen Griff noch dran. Ich bin da, das ist eine Megasniper hier. Geil. Los zum Auto und weg. Ja. Wollen wir hier noch. Job erledigt. Ich dachte, die geben alle. Ich hab mal gesehen, da hat einer alle. Und da hat der Schild sich, wenn du eins hast, baut sich der Schild langsam auf. Ja. Ganz langsam auf, genau. Und der hatte mehrere Jungen, deswegen tuk, 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 war der Schild wieder voll. Oh. Schießt was auf uns. Ja, keine Ahnung. Ich will mal den Sniper probieren. Oh, von da drüben irgendwo. Hier, da, von da. Da unten, da. Alter, was ist denn hier? Oh, fliegig. Komm her runter, komm her runter. Was war denn das, Alter? Keine Ahnung. Ich war voll, mit einem Schuss. Oh, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Den haben wir abzukommen. Bin schon wieder weg. Alter, alter. Ey, alter, willst du mich verarschen? Ja.